hallo zusammen zum teil 1b nach einer kleineren pause haben wir neue anweisungen bekommen die hintere lockert sich abgehangen und meine wenigkeit darf mit dem kompletten zug über den ablauf berg fahren und soll diesen auch selber abdrücken im 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 Amen. Hier wurden wir gerade von einem Rangierer darauf hingewiesen, dass eine Weiche noch nicht im Fahrweg liegt, also heißt es halten. Wir sind zwar bis ins Herzstück reingefahren, aber das ist nicht so schlimm. Die Weiche läuft um und es geht weiter auf das Aussealeis. Damit ihr dann mehr von diesem Schauspiel zu sehen bekommt, wechselt die Kameraeinstellung und ihr könnt vom Bahnsteiger aus zuschauen. Musik hier seht ihr einen anderen güterzug an dem bahnsteig halten das ist nichts unnormales da wird gerade die mannschaft getauscht das heißt also personalwechsel das neue personal darf dann weiterziehen ans hauptsignal und sobald dieses fahrzeug geht die reise dann auch für diese personalmannschaft weiter und 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 Amen. 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 Wenn man abgehangen ist, in sein Gleis gelaufen ist, kreuzt eine weitere Lok unseren Weg und setzt sich vor ihren fertig gebildeten Zug. Kurz darauf dürfen auch wir zu Tade fahren mit den restlichen Wagen, die wir mit nach Dimmerts nehmen und unseren Zug in den Richtungsgleis komplettieren. Die Lok, die wir eben noch unseren Weg gekreutzt haben, ist die Lok, die wir eben noch unseren Weg gekreutzt haben. Die Lok hat ihren NG mittlerweile aufgenommen und fährt damit nach Niesburg Nord ab. Die Lok, die wir jetzt haben, ist die Lok. 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 Hier seht ihr gerade unsere zweite Lok. Die noch am Anfang in Wallburg bei uns hinten am Zug hing. Auch diese kommt nun zum Berg, wechselt die Richtung und hat eine neue Aufgabe. Untertitelung des ZDF, 2020 Unser Zug ist nun gekuppelt, gebremst und wir müssen mit dem gesamten Zug umsetzen, um so nachher eine Ausfahrt, eine signalisierte Ausfahrt hinzubekommen. Musik 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 Nachdem wir jetzt nach Gleis 11 zurückgesetzt haben, müssen wir halt noch ein paar Rangierfahrten sowie Zugfahrten abwarten, bevor es für uns losgeht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach einer langen Reise haben wir unseren Zielbahnhof Dibberts endlich erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020